Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video und zwar heute zu einem How-To-Video zum KH Keeper Plus. Wie installiere ich ihn Step by Step? Für die Leute, die zu faul sind, eine Bedienungsanleitung zu lesen, die können sich dieses Video hier reinziehen und dann wissen sie ja auch, worauf sie zu achten haben. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke schön fürs dranbleiben und fürs Interesse zeigen und grundsätzlich, ja, mache ich das hier, weil hier und da schon mal Fragen aufgekommen sind und euch gleichzeitig eine Videoanleitung zu geben, wie mache ich das richtig, Step by Step Installation, worauf habe ich zu achten. Gehen wir dann auch direkt schon mal in Medias Res, was bekommen wir alles? Grundsätzlich, klar, logisch, KH Keeper. Dann bekommen wir ein Schlauchanschluss-Set, bestehend aus drei Schläuchen. Hier sind schon mal die Schläuche gekürzt bei mir, weil ich die auf meine Länge schon eingekürzt habe. Also das ist einmal der Schlauch hier für mein Aquarienwasser, einmal der ganz dünne Schlauch für die Reagenz und einmal hier der Schlauch für das Abwasser. Den habe ich in der Länge gelassen. Ans Aquarienwasser kommt jetzt gleich noch hier der Wasserfilter dran. Und so, einmal so sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir dazu eine Feinwaage. Da gibt es auch einen speziellen Trick mit umzugehen, weil dieses Gerät hier schaltet sich nach 30 Sekunden ab. Wie man damit genau umgeht und wie man dann dementsprechend hingehen kann, ohne Probleme damit die entsprechenden Messungen zu machen, zeige ich euch auch gleich. Dann haben wir natürlich das Original-Netzteil. Bitte immer nur das Original-Netzteil benutzen von Refactory, auch nicht von anderen Geräten, die ähnliche Spezifikationen haben. Das Gerät bzw. das Netzteil ist auf dieses Gerät abgestimmt. Was wir dann auch noch dazu bekommen, ist einmal Pufferlösung. Hier habe ich jetzt Pufferlösung von mir genommen, weil die andere habe ich schon verbraucht. Die lassen sich im Online-Handel ohne Probleme kriegen. Einmal pH 7 und einmal pH 4, meistens in Kombination. Müsst ihr darauf achten, weil manchmal gibt es auch pH 6,89 und pH 4, noch was. Achtet darauf, pH 7 und pH 4 müsst ihr haben. Und hier schon fertig angemischt, die Reagenz. Ihr bekommt, wenn ihr den KH-Keeper selber kriegt, eine kleine Flasche Reagenz dabei. Und die wird im Verhältnis 1 zu 9 noch angemischt. Das heißt, die pure Reagenz, niemals verwenden bitte. Die muss noch weiter verdünnt werden. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich mir jetzt das Paket mit einem Liter hole, was so um die 45 bis 50 Euro liegt, bekomme ich daraus 10 Liter Reagenz. Immer mischen. Ganz wichtig. Ja, dann habe ich hier noch meinen Abwasserbehälter stehen. Ich habe hier noch Aquarienwasser stehen. Und dann können wir im Prinzip auch schon loslegen. So, kommen wir als allererstes dazu, das Gerät, das habe ich ja bis jetzt im Gebrauch gehabt, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, damit wir Step by Step alles machen können. Dafür benötigen wir den Reset-Magneten. Diese Tüte ist einfach... Jetzt habe ich es zugemacht und kriege es nicht mehr auf. So, einmal auskippen. Da ist der kleine Rührfisch, den lege ich mir mal hier zwischen die Tastatur. Und der Reset-Magnet. Damit ich dieses Gerät hier resetten kann, muss es unter Strom gestellt sein. So. Um das Ganze dann auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, habe ich hier oben einen Aufkleber. Und wenn ich da dementsprechend den Magneten dran halte, leuchtet nach einer gewissen Zeit hier unten ein blaues Licht auf. Das heißt, das Gerät ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wir können den Magneten wegnehmen. Und es startet neu. Packt euch diesen Magneten gut weg, damit ihr den immer wieder findet, falls man ihn mal brauchen sollte. So. Dann gucken wir uns das Gerät hier an der Seite nochmal genau an. Wir haben hier diese drei Anschlüsse. Und hier an der Plastikhaube steht auch dran, wo welche Anschlüsse angeschlossen werden. Das ist unterschiedlich von den beiden Geräten, weil der KH Keeper Mini hat eine andere Anschlussreihenfolge als wie der KH Keeper Plus. Ist auch so in der Bedienungsanleitung, ja ich sag's mal nicht direkt ein Fehlgriff, aber da ist ein KH Keeper Mini abgebildet. Und auch natürlich der Anschlussplan für den Mini. Aber auf beiden Geräten ist hier an der Seite aufgedruckt, wo was angeschlossen wird. Also, wir haben oben das Aquarienwasser, dann haben wir hier Dreck, also da steht Dirt für Dreck. Das heißt, das ist das Abwasser, was in den Abwasserkontainer geht. Und ganz unten haben wir Reagenz stehen. So, das Gerät ist auf Werksanstellung eingestellt. Grundsätzlich gilt es, geht am besten hin und installiert den Keeper dort, wo ihr, ja, auch bei der ersten Installation schon, da hinstellen, wo ihr den haben wollt. Und die entsprechenden Schlauchlängen schon entsprechend herrichten. Weil jedes Mal, wenn eine Schlauchlänge geändert wird, oder der Standort wird geändert, oder nur der Standort von dem Filter hier, müsste rein theoretisch die entsprechende Pumpe neu kalibriert werden. Und damit man das verhindert, muss er dementsprechend, geht er hin und installiert das Gerät schon so, dass es im Prinzip da ist, wo es sein sollte. Ich habe es bei mir unten so gemacht, ich habe es in der Höhe angebracht, dass ich einen kleinen Hocker davor schieben kann, wenn ich kalibrieren will. Und dann ist es auch in der richtigen Höhe und dann kann ich ohne Probleme arbeiten. Also, schon mal ganz wichtig. Was noch wichtig ist, ich mache das mal jetzt hier an der Seite auf. Und ihr seht, da. So. So, wie gesagt, hier sind die entsprechenden Aufdrücke drauf. Den lege ich jetzt mal eben hier auf Seite. Und ihr seht, ich habe das im Prinzip schon wieder so hergerichtet, wie es auch ab Werk war. Die Sonde ist noch in der Verpackung unter Wasser und alles andere ist trocken. So, Leute. Kleiner Hinweis. Wenn ihr das Gerät erstmalig in Betrieb nehmt, kann es sein, dass diese Aquarienpumpe hier oben oder auch hier unten die Reagenzpumpe nicht direkt anlaufen. Das hat was mit dem Transport zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die dann längere Zeit nicht in Betrieb waren über was weiß ich. Grundsätzlich ist es so, die Geräte werden bei Refactory selber Stunden, anderthalb auf zwei Stunden geprüft und dann anschließend wieder zurückgebaut und verpackt. Und die Lagerzeit kann dann dazu führen, dass diese Geräte hier bzw. die Pumpen hier oben nicht anlaufen. Ist aber sehr einfach zu beheben und ich hoffe, dass ich kriege das direkt hier auf Anhieb hin. Die können, die sind ja mit einem Bayonettverschluss, sind die hier aufgesetzt. Also einmal verdrehen, nach außen ziehen. So, und dann geht ihr einfach hier rein und verdreht das Ganze einmal. Die Achse müsst ihr dann mit verdrehen, weil das ist dann, ja, das wird jetzt ein bisschen fummelig, bis ich jetzt wieder gefunden habe, wo sie drauf gehört. Alle guten Dinger sind drei. Nein, sind sie nicht. Ich muss ja eben gucken, da unten ist die, die gehört so hin. Genau, so. Wieder aufsetzen, verdrehen und danach läuft die Pumpe ganz normal ohne Probleme weiter. Also, sollte die nicht direkt anlaufen, also mal kurz auseinandernehmen, verdrehen und wieder aufsetzen, dann läuft die Pumpe an. So, das nächste in der Reihenfolge ist, wir müssen die Sonde und alles andere schon mal so vorbereiten, dass wir direkt das Ganze anschließen können. Heißt also, ich nehme die Sonde hier raus. Na komm. So, kann man ruhig ein kleines bisschen dran ziehen, hier ist noch ein bisschen Kabel dran. Nehmen sie aus dem Wasserbad heraus und das Wasserbad selber können wir woanders hinpacken und kurz reinigen. Am besten in Osmosewasser, den muss ich jetzt gleich noch kurz eben holen. Und hier haben wir dann dementsprechend Ringe, die wir verschieben können, damit das Ganze dann auch gleich auf die richtige Position kommt. Und der sollte so ungefähr, ja, anderthalb Zentimeter über Boden sehen. Das werden wir dann anschließend sehen, wenn das Glas befüllt ist. Da achten wir dann dementsprechend drauf, dass wir die dann nochmal richtig einstecken. So, restliche Kabel wieder ins Gehäuse. Und dann ist die Sonde auch gerade. Das Becherglas selber hat hier unten eine Führung, dass es nicht mehr verrutschen kann. Das war beim vorherigen Gerät auch hier und da der Fall. Und was jetzt natürlich wichtig ist, ist dieses kleine süße Teil. Ja, der Rührfisch, den können wir jetzt einfach so reinwerfen und der kommt dann auch direkt schon auf Position. Mache ich euch ein Bild von. So, das nächste, was geändert wurde hier an dem Gerät, sind die Schläuchen. Die wurden ja vorher eingeklickt. Die können wir jetzt hier einfach so nach oben herausziehen. Das gleiche Spiel hier mit der, mit dem Schlauch von der Reagenz und auch der Schlauch von der Abwasserpumpe hier oben. Das gleiche Spiel. Diese kleinen Röhrchen sind einmal als Ersatz mit dabei. So, und wenn wir dies alles rausgezogen haben, können wir auch ohne Probleme das Glas hier rausnehmen. Und das brauchen wir gleich auch, damit wir dann dementsprechend richtig das Gerät kalibrieren können. So, jetzt stellen wir es aber erstmal wieder zurück. So, zack, der Rührfisch ist auch wieder direkt auf Position gegangen. So können wir es im Prinzip lassen. Und, na komm, da oben rein. Und anschließend dann wieder alles auf Position stecken. Einfach nur runterstecken, das Ganze. Die wird hier vorne rum eingesteckt. Und die können wir hier so reinpacken. So ist die Installation der Röhrchen richtig. Wichtig bei der ganzen Sache ist, wenn ja das Gerät an die Wand hängt, dass es gerade angebracht wird. Also, wenn es so angebracht wird, die Pumpe geht ja hier hin und bringt da das Wasser rein. Und auf der anderen Seite wird das Wasser wieder rausgepumpt. Das heißt, das Gerät muss nach Möglichkeit in der Waage sein. Wenn nicht sogar ein kleines bisschen nach links geneigt. Also, sprich, von mir aus gesehen. Aber da kommen wir dann später zu. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. So, Leute, kommen wir zur Installation. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das Gerät hier an Ort und Stelle ist. Die sollte so gewählt sein, dass sie maximal 20 oder 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche ist. Oder maximal 20 Zentimeter über der Wasseroberfläche. Das ist schon mal wichtig. Also, sprich, Wasseroberfläche ist gemeint der Punkt, wo dieser Schlauch hier das Wasser entnimmt. Installation machen wir jetzt erstmal vorab. Bevor wir das Gerät dann ins Smart Reef reinbringen. Also, das ist ein Pfennigartikel. Warum Reefactory, die ihn jetzt nicht mit reingebracht hat, keine Ahnung. Den habe ich mir dazu genommen aus dem ganz einfachen Grund. Weil der komplett unter Wasser sein muss. Zeige ich euch jetzt gleich auch, wenn ich den da drüben dran habe. Der muss senkrecht am besten unter Wasser sein. Wenn der so, ich sage es mal, im Wasser ist, so schräg, kann es sein, dass sich hier im oberen Teil Luft sammelt. Und das ist schlecht. Grundsätzlich sollte auch hier, ihr könnt da noch einen Schlauch dran machen, müsst da aber nicht. Da drüber wird Wasser gezogen. Da drüber wird aber auch Wasser wieder zurückgegeben. So, ich packe den jetzt einfach mal hier hinten rein. Unter Wasser, schräg, so damit ihr das auch seht. Und jetzt muss ich gerade selber mal gucken, aber ich glaube Aquarium war oben. Genau, richtig. Also an den oberen Anschluss dran. So, dann haben wir den Abwasser. Der kommt an den mittleren dran. Den lege ich direkt hier nach hinten rüber und hier rein. Und dann haben wir Reagenz. Bei der Reagenz ist es nicht wichtig, dass die verrührt wird oder so. Ich habe damit keine Probleme gehabt bisher. Auch nicht bei neu angesetzter. Ich habe ja schon ein paar Liter durch. So. Und dran. So ist der Anschlussplan richtig. Oben das Aquarienwasser, in der Mitte das Abwasser und unten die Reagenz. So, damit wir jetzt hier auch vernünftig arbeiten können, müssen wir das Gerät natürlich erstmal wieder ins Smart Reef reinpacken. Und das machen wir als nächstes. So, dazu nehme ich euch jetzt mal mit hier auf mein Pad. Und wir brauchen jetzt erstmal das Netzwerk von diesem Gerät. Steht auf der Rückseite, ist ein QR-Code angegeben. Oder auf der Verpackung selber ist es auch. Und wir suchen jetzt hier mal. Noch ist das Ganze mit meiner Fritzbox verbunden. Und da steht ja schon RFKH. Das ist dieses Kürzel vorne, ist grundsätzlich für den KH-Keeper gedacht. Einloggen, also sprich, da rein. Das Netzwerk hat das Passwort Refactory. Blende ich euch unten nochmal ein. Die beiden kennen sich schon hier. Deshalb habe ich es nicht eingeben müssen. So, und die Adresse, die wir angeben müssen, ist KH-Keeper.io. Das geben wir ein und verbinden uns mit dem Gerät. Und dann sollte er sich, genau. Dieses ist der Anmelde-Bildschirm, den ihr eigentlich auch von den anderen Geräten von Refactory kennt. Ihr geht auf Deutsch, dann gehen wir auf Weiter. So, dann legen wir den KH-Bereich fest, in dem er arbeiten soll. Beziehungsweise, wo er dann dementsprechend Alarm gibt oder nicht. Ich lasse das jetzt hier alles mal so. Gehe auf Weiter. Und jetzt muss ich mir mein WLAN-Passwort für das andere Netzwerk, wo ich es reinhängen will, eben kopieren. Ich mache einen Schnitt und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ich wähle das Netzwerk aus. Er fragt nach dem Passwort. Ich setze das ein. Ich kopiere es mir immer. Das ist immer das Einfachste. Dann sage ich OK. Und dann müssen wir kurz warten. Da oben kommt die Klarmeldung, dass er eine IP-Adresse zugewiesen bekommen hat. Und die Verbindung besteht. Jetzt gehen wir auf Weiter. Und er fragt mich nach meinen Zugangsdaten für das Smart Reef. So, da gehen wir jetzt einmal hin. Der kennt sich hier schon. Und wir melden an. Das Gerät wurde erfolgreich angemeldet. Und jetzt kann es passieren, dass das der letzte Bildschirm ist, wo ihr hinkommt. Oder hier unten steht noch auf Weiter. Seht ihr? Das funktioniert gerade jetzt bei mir auch nicht. Also, keine Angst haben, wenn das passiert. Das Gerät wurde erfolgreich angemeldet. Im nächsten Bild steht, ja, Herzlichen Glückwunsch sind tatsächlich im Smart Reef. Also, wenn es bis da geht und aufhört, kein Problem. Wir gehen jetzt hin, wechseln das Netzwerk. Gehen hier raus und gehen wieder in das Hausnetzwerk rein. So, im Hintergrund sagt der Gerät nicht verbunden. Aber dafür ist er jetzt in meinem Smart Reef schon wieder integriert. So, und ihr seht selber, das Gerät ist noch nicht kalibriert. Es ist noch nicht eingestellt und es hat noch keine einzige Messung gemacht. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Kalibrieren der Pumpen an. Hat den Hintergrund, dass ich schnellstmöglich die Sonde unter Wasser haben möchte. Dafür muss ich das entweder hier wieder ausbauen. Oder ich kann mir auch ein anderes Gefäß nehmen, was sich gut reinigen lässt. Zeige ich euch gleich. So, Leute. Ihr könnt das kalibrieren auf zwei verschiedenen Wegen machen. Entweder ihr geht hin und holt hier das Glas komplett raus. Das kann man machen, um es dann anschließend auch, ich sag jetzt mal, im laufenden Betrieb mal zu reinigen. Aber wenn es nur ums reine Kalibrieren geht, habe ich mir so einen kleinen Becher hier organisiert, den man auch sehr gut ausputzen kann. Wichtig an der ganzen Sache ist, die Feinwaage, die wir dazu bekommen haben, hat einen maximalen Messbereich von 100 Gramm. Da wir mit knapp 50 Milliliter Wasser arbeiten nachher, müssen wir auch schauen, dass wir ein Gefäß haben, was nicht schwerer im Vorfeld ist wie 50 Gramm. Also ein einfacher Plastikbecher ist da schon mal nicht schlecht. So, jetzt holen wir das Ganze mal etwas hier rüber, wenn es noch geht. Zum einfachen Kalibrieren geht ihr hin. Fangen wir mit der Aquarienpumpe an. Wir ziehen einfach das Röhrchen raus. Und packen es erstmal hier rein. Die Schläuche sind jetzt noch leer. So, ich nehme euch wieder mal mit aufs Pad. Und dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Diese Messmethode ist relativ einfach und würde ich euch auch bitten, die so durchzuführen. Dann habt ihr es am genauesten. Wichtig ist, dass die Waage auf einem festen Untergrund steht, nicht wackeln kann. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Als nächstes müssen wir das System, also sprich die Schläuche befüllen. Wir gehen auf Kalibrieren, Aquarienpumpe und dann System füllen. Jetzt fängt das System an, die Pumpe an und befüllt erstmal, sodass wir Wasser drin haben. Das können wir abbrechen, wenn es dann schon voll ist und die Luft raus ist. Und es ist, wie gesagt, wichtig, dass das Gerät hier grundsätzlich der Filter waagerecht irgendwo im Wasser, unter Wasser angebracht ist. So, befüllt ist es. Da ist jetzt Wasser drin. Das kippe ich mal aus und nehme eben kurz einmal ein Crepe. Und es ist wichtig, dass alles dann trocken ist, sauber ist. So, das Glas ist trocken, das Glas ist gereinigt und das System ist bis vorne hin befüllt ohne Luftbläschen. So, jetzt gehen wir hin und machen die Kalibrierung einleiten. 60 Sekunden lang läuft diese Pumpe jetzt und pumpt mir da Wasser rein. Ich drücke mal auf Start. Ich drücke mal auf Start. Kalibrierung läuft, genau. Und das Wasser, was da jetzt rein gepumpt wird, messen wir gleich ab. Und zwar wie folgt. Wir setzen das komplett gefüllte Glas, beziehungsweise den Behälter, auf die ausgeschaltete Waage. Dann schalten wir die Waage ein, nehmen, nachdem das auf Null gegangen ist hier die Anzeige, weil es geht ja auf Tara, nehmen wir das Glas wieder runter, entleeren es, wischen es genau so trocken, wie wir es gerade eben hatten, wieder komplett sauber. Machen es also trocken. Und setzen dann das leere Glas wieder drauf. Der Wert, der uns dann angezeigt wird dort, ist der Wert, den ich dann hier im Smart Reef eintrage. Das kann man zwei, drei Mal hintereinander machen, um zu schauen, passt das hier. Gerade bei Geräten, die neu installiert werden, müssen diese Pumpen auch erstmal eine Zeit lang einlaufen. Das heißt, nach einer Woche geht er hin oder nach drei bis vier Tagen geht er hin und macht das Ganze dann nochmal. So, jetzt möchte er wissen, wie viel er da reingepumpt hat. Also, das volle Glas auf die ausgeschaltete Waage. Waage einschalten. Warten, bis das Gerät Null anzeigt. Das ist jetzt der Fall. Jetzt kann ich das Wasser wieder zurückkippen, weil das brauche ich nicht. Wo ist mein Crepe? Jetzt mache ich den Behälter trocken. Der zeigt mir jetzt hier einen Wert von 27,28 an. Das ist der Wert, also das Gewicht des Glases und von dem Wasser. Jetzt stelle ich das Glas, beziehungsweise den Behälter wieder drauf. Und er zeigt mir jetzt an 17,55. So, und diese 17,55, also wenn ich das runternehme und mehrfach draufsetze, muss es immer der gleiche Wert sein oder ganz nah dran. Dann 17,56, das gebe ich jetzt hier ein. 17,56. Gehe auf OK und die Kalibrierung wäre jetzt eigentlich abgeschlossen. Jetzt geht ihr aber hin, um rauszufinden, ob das jetzt tatsächlich auch gepasst hat und macht einen Genauigkeitstest. Ist in der Liste eine Stufe hier drunter. Da steht Genauigkeitstest. Und da steht auch ganz genau drin, in welchem Bereich die Pumpe die entsprechende Menge fördern darf. Nämlich maximal 50,5 und minimal 49,5 Milliliter, beziehungsweise hier Gramm. Ich starte das Ganze mal und möchte auch gleichzeitig noch mit einem anderen Mythos aufräumen. Ihr sagt ja jetzt, ja, ich habe jetzt hier Gramm abgemessen und jetzt sollen wir aber Milliliter eintragen. Ja, das ist richtig. Spezifische Dichte vom Wasser ist natürlich auf einen Liter gerechnet sehr viel höher. Aber bei diesen Mindermengen, die wir hier haben, so wenig, wie wir hier tatsächlich verbrauchen, kann das vernachlässigt werden. Und ist auch von Refractory so eingestellt und beabsichtigt. Also wir müssen nicht umrechnen. Wir können den Grammwert tatsächlich 1 zu 1 eintragen und für die Milliliter hier übernehmen. Der pumpt jetzt hier 50 Milliliter rein und sobald er gleich damit fertig ist, schauen wir weiter. So, die Pumpe hat 50 Milliliter auch laut der Strichanzeige auf dem Gefäß hier erreicht. Und wir machen das gleiche Spiel wie gerade eben. Die Waage ist trocken, sauber, auf einem festen Untergrund. Und wir stellen das Glas drauf und schalten dann erst die Waage ein. Warten bis sie auf Null ist. Jetzt können wir das Ganze wieder zurückkippen ins Aquarium. Da ist nichts mit passiert. Machen das Behältnis hier trocken. Stellen den getrockneten wieder drauf und wir sind auf 50,4 oder 50,39. Nochmal runternehmen und nochmal draufsetzen und das gleiche bleibt. Also wir sind innerhalb der Toleranz. Die Pumpe hat die entsprechenden Anforderungen erfüllt bzw. ist kalibriert. Und ich kann dann jetzt hier hingehen und, einen Augenblick, das Röhrchen wieder reinstecken. Einfach bis unten zum Boden und gut ist. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel mit der Reagenzpumpe. Das heißt, wir nehmen hier hinten einmal den Schlauch raus mit der Spitze und packen ihn rein. Gleiches Spiel wie gerade eben. So, jetzt gehen wir aus dem Menü raus. Da drunter die Reagenzpumpe, auch wichtig, muss genauso bearbeitet werden. Einmal System füllen. So, das dauert jetzt ein kleines bisschen, weil das Schläuchlein länger ist, aber auch dünner. Und sobald da entsprechend Material drin ist, können wir das gleiche Spiel wie gerade eben machen. Ist halt bloß von der Menge her nicht ganz so viel wie mit der Aquariumpumpe. Da ist jetzt noch nichts rausgekommen, seht ihr. Dann noch einmal auf System füllen. Und wenn dann hier oben dementsprechend Material luft- und blasenfrei rauskommt, das ist wichtig, dann kann ich hingehen und das Ganze abbrechen. Das wieder dementsprechend trocken und sauber machen. Ich sollte vielleicht jetzt gleich mal einen anderen Behälter zum Wegwerfen haben, weil das wäre wichtig. Ansonsten versau ich mir nämlich gleich das Wasser da drüben. So, gleiches Spiel. Kalibrierung einleiten. 60 Sekunden lang wird dementsprechend gleich Material da reingepumpt. Und dieses Gewicht werden wir wieder mit der Waage aufnehmen. So, die 60 Sekunden sind um. Wir haben eine entsprechende Flüssigkeitsmenge hier drin. Das gleiche Spiel wieder. Fester Untergrund. Ich hatte gerade eben einen Versuch gehabt, da stand das etwas hier vorne, etwas gekippt. Und daher konnte die Waage sich nicht selber neu kalibrieren. Also, wie gesagt, darauf achten, dass das ein fester Untergrund ist. Und dass das immer dann auch so gemacht wird. Kurz warten, bis sie jetzt auf Null ist. So wie jetzt. Dann einmal das Ganze auskippen. Trocken machen. Innen wie außen. Kann auch sein, dass außen vielleicht irgendwo ein Tropfen ist. Gerade bei der Reagenzpumpe ist das wichtig. Die arbeitet nämlich ziemlich genau. Draufstellen. Und wir haben eine 3,15. Und diese 3,15 gebe ich jetzt rein. So. Und jetzt machen wir einen Genauigkeitstest nochmal. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, die 5 Milliliter wurden jetzt wieder ins Behältnis reingepumpt. Gleiches Spiel wie immer. Waage einschalten. Warten, bis das Ganze auf Null ist. Glas rausnehmen. Behälter rausnehmen. Auskippen. Trocken machen. Getrocknetes Behältnis draufstellen. Und wir haben jetzt hier eine 4,91. So. Das sagt mir, dass ich die Pumpe nochmal kalibrieren muss. 4,93. Das ist zu wenig. Es liegt außerhalb der Toleranz. Ich habe hier eine 4,95 bis 5,05 vorgegeben. Das heißt, nochmal das Ganze. So, das Gerät ist wieder fertig. Gleiches Spiel wie eben. Einmal abmessen. Auf Tara. Jetzt haben wir Null. Auskippen. Trocken machen. Vernünftig. Wieder draufstellen. 4,98. Das passt dann jetzt also. So, bei der Sonde. Ich packe jetzt erstmal den hier wieder rein. Damit wir die besser rausnehmen können. Können wir natürlich hinten die Röhrchen auf der Seite herausnehmen. Ich habe die gerade eben mal ein bisschen unter Wasser gesetzt, damit die Sonde hier nicht austrocknet in der kurzen Zeit. Weil die war ja auch schon vorher im Gebrauch. So. Und was wir jetzt brauchen ist erstmal ein Tuch, um die grob trocken zu machen. Beziehungsweise auch dann einmal in Osmosewasser reinigen und wieder grob trocknen. Das Wasser davon entfernen. So. Kommen wir zum Kalibrieren. Jetzt gehen wir hier mal raus. Zurück. PH-Sonde. So. Wir fangen mit der Kalibrierung von PH4 an. Dazu fülle ich hier von der Pufferlösung so viel rein, dass die Sonde da vernünftig drin stehen kann und untergetaucht ist. Und stelle sie in die Pufferlösung herein. Ihr seht selber, sie ist komplett untergetaucht. Das ist wichtig. Sie darf also nicht unten an der Öffnung hier noch Luft oder sowas ähnliches haben. Also es muss komplett untergetaucht sein. Lasst sie drin stehen. Kalibrierung einleiten. So. Und hier steht dann, nehmen sie das Messgerät vor der Kalibrierung aus dem Wasser. Lassen sie es trocknen. Tauchen sie es anschließend in die Lösung mit PH4. Haben wir gemacht. Und drücken sie OK. Jetzt läuft ein 5-Minuten-Timer hier runter, in der das entsprechende Gerät eingemessen wird. Und das lasse ich jetzt mal laufen. Wir sehen uns gleich nach diesen 5 Minuten wieder. So. Die letzten 30 Sekunden laufen. Ich kann jetzt hier schon mal hingehen und im Vorfeld die andere Pufferlösung vorbereiten. Das gleiche Spiel. Wie gesagt, einmal benutzen. Einmal mitkalibrieren und dann anschließend entsorgen. Weil dann ist die nicht mehr zu gebrauchen. Mit der anderen Kalibrierungsflüssigkeit, die ihr dabei bekommen habt, könnt ihr, wenn ihr sauber arbeitet, jetzt zwei- oder dreimal arbeiten. Aber danach würde ich schauen, dass ich also hier die entsprechenden Wegwerf-Pufferlösung bekomme. So. Genauigkeitstest, Sonde wird kalibriert. Okay. Wählen sie OK. Nun ist sie kalibriert. Und jetzt kann ich hingehen. Genauigkeitstest. PH-Wert lesen. Und der erscheint mir links oben in der Ecke. Und jetzt ist erstmal eine 4,0 angezeigt. So. Jetzt machen wir das gleiche Spiel mit der PH-7. Das heißt, hier einmal raus. Abspülen das Ganze. Trocken machen. Das Ganze in PH-7 rein. Und die Kalibrierung für PH-7 einleiten. Gleiches Spiel. Fünf Minuten. Bis gleich. So. Gleiches Spiel wie gerade eben. Die Zeit ist um. Wir gehen auf OK. Dann machen wir nochmal den Genauigkeitstest. PH-Wert ablesen. Und da steht jetzt eine 7,0. So. Aber um rauszufinden, ob das auch jetzt tatsächlich funktioniert hat, müssen wir nochmal den Kreuzvergleich machen. Also sprich, wir gehen hin. Machen einmal die PH-Sonde wieder trocken und reinigen die einmal kurz. Und packen sie dann wieder in die PH-4. Und hier hat den Sinn und Zweck, um zu schauen, hat er auch tatsächlich die richtigen Einstellungen übernommen. So. Das Ganze muss jetzt ungefähr eine Minute oder anderthalb Minuten so stehen. Und danach können wir nochmal den Genauigkeitstest machen. Und wenn das dann innerhalb der entsprechenden Toleranz ist, der hier angegeben ist. Also er sollte nicht größer wie 0,05 sein. Wenn ich jetzt hingehe und unterhalb der Zeit den PH-Wert ablese, seht ihr oben links, das ist eine 3,95. Wird jetzt schon angezeigt. Ich kann das Ganze nochmal machen. 3,93. Also er geht tatsächlich hin und verändert sich. Wir müssen dann jetzt nochmal eben schauen, ob das passt. Wenn das nicht passt, muss ich die Kalibrierung nochmal wiederholen. 3,91. Das heißt also, er ist zu weit unten. Das heißt, ich muss tatsächlich nochmal hingehen und die Kalibrierung nochmal neu starten. Bis gleich. Genauigkeitstest. Die 5 Minuten sind um. Ich nehme euch wieder mit aufs Pad. Und einmal den Genauigkeitstest durchführen. Die 4,05. Das passt soweit. Nochmal kurz ablesen. 4,05. Das passt. So. Und jetzt machen wir nochmal einen Genauigkeitstest allerdings mit dem PH-7. Und da muss das Ganze dann auch passen. Also einmal 4 kalibrieren. 7 kalibrieren. Dann wieder zurückspringen auf die 4 mit dem Genauigkeitstest. Schauen, ob das passt. Und dann nochmal zurückspringen auf die 7. Und da auch nochmal den Genauigkeitstest machen. Wir sehen uns gleich wieder. So. Gleiches Spiel wie gerade eben. Das Ganze wurde gereinigt. Und wir können jetzt mal verfolgen, wie die Sonde sich an den Wert rantastet. 6,87. Das Ganze nochmal ablesen. 6,90. Und ihr seht, die kommt so langsam aber sicher dahin, wo sie hin soll. Und das machen wir so lange, bis die Werte tatsächlich stabil sind. Das heißt, wenn ihr da oben keine neue Anzeige mehr bringt, nach einem Genauigkeitstest oder PH-Wert ablesen, dann bleibt dieser Wert stabil. Also wir wären jetzt schon im Bereich, der okay ist. Er geht aber noch weiter. Also er scheint mit der PH-7 etwas genauer zu sein. Aber das ist soweit okay. Also ist die Sonde somit kalibriert und in Ordnung und einsatzbereit. noch mal kurz ablesen. 6,99. Das passt also soweit 7,0. Gucken, ob er noch höher geht, wie eben bei der PH-4. Seht ihr, ich habe jetzt nochmal drauf gedrückt und der ist bei der 7,0 geblieben. Nochmal ablesen, 7,0 und wenn ihr dann nochmal drauf drückt und keine neue Anzeige kommt, jetzt kommt neue Anzeige, 7,01, seht ihr. Also wenn sich der Wert nicht verändert, kommt keine neue Anzeige. So wie jetzt gerade. 7,01, da scheint er stehen zu bleiben. Und das lassen wir dann jetzt auch so. Gut, dann ist das jetzt einsatzbereit. Das heißt, einmal abspülen, trocken machen muss ich sie jetzt nicht mehr. So, und jetzt kommt die Installation hier, sodass sie auch auf der richtigen Höhe ist. Ich, sie muss ungefähr, Moment, packen wir das Ganze hier mal auf Seite, damit ihr das seht, unten so knapp 5 mm über dem Glasboden sein und der Kabel dann natürlich auch hier dementsprechend dann zurück ins Gehäuse. Und jetzt können wir tatsächlich hingehen und unsere erste Messung einleiten. So, das heißt, pH-Sonde ist kalibriert, Aquarienpumpe ist kalibriert, Reagenzpumpe ist kalibriert. Und die Erinnerung kann ich mir einen entsprechenden Zeitraum wählen, den ich zum Kalibrieren machen möchte. Bei der Erstinstallation ist es ratsam, das Ganze nach einer Woche neu zu machen. Ich gehe hin und, dass das Gerät bei mir sowieso schon etwas länger läuft, drei Monate für die Neukalibrierung. So, das ist jetzt eingestellt. Jetzt wechseln wir hier drüben mal hin zu den Messungen bzw. zu den weiteren Einstellungen. Und ihr seht, wir haben hier verschiedene Anzeigen. Einmal das Brauchwasser, dann das Abwasser und die verbrauchte Reagenz. So, wenn wir jetzt auf die einzelnen Sachen draufklicken, können wir im Prinzip jetzt eingeben, wie viel in diesem Kanister hier ist. Und damit wir im Endeffekt wissen, kriegen wir eine Warnung, wenn der Kanister fast leer ist, dass wir die Reagenz nachfüllen müssen. Oder dass ein Behälter fast voll ist. Das ist ganz wichtig, dass wir das einstellen. Das sind jetzt hier, ich hätte es mir aufschreiben sollen, aber ich muss es neu ausglittern bzw. wenn ich das Gerät jetzt unten halt neu hinstelle, werde ich den Kanister komplett auffüllen, dann weiß ich, da sind zwei Liter drin. Und werde das dann dementsprechend auch so jetzt hier eintragen. 2000 Milliliter. Und das könnt ihr dann da unten sehen. 2000 Milliliter bei dem momentan eingestellten Messintervall, der noch nicht hier jetzt angezeigt ist, kommen wir gleich zu, würde ich 267 Tage damit kommen. Das steht rechts daneben. Da drüber die Anzeige ist das Abwasser, das Wasser, was dann tatsächlich hier rüber reingeht, in den Abwasserkanister. Da müssen wir grundsätzlich einen Anschluss dran haben, weil gleich während der Messung kann ich euch nochmal genau zeigen, warum. Auch selbst wenn wir das Gerät so einstellen, dass das Wasser wieder zurückgepumpt wird ins Aquarium, haben wir immer eine gewisse Menge Abwasser und deshalb muss auch ein Abwasserkanister da sein. Brauchwasser ist im Prinzip das Wasser, was ich zum Messen verbraucht habe. Da kann ich dann sehen, wie viel ich dann insgesamt für Messungen verbraucht habe. Gegebenenfalls, wenn ich es wieder raus packe, kann ich mir dann sagen, okay, ich muss dann eine andere Pumpe einstellen, die mir dann das Wasser wieder ersetzt. Es kommt grundsätzlich darauf an, wenn ich das Messwasser wieder zurück ins Aquarium pumpe, dann senke ich bei kleinen Aquarien meinen pH-Wert damit. Bei größeren Aquarien wie meins, 500 Liter bzw. 625, das komplette System, und bei vier Messungen am Tag, die ich durchführe, hat es keine Auswirkungen, keine nennenswerten Auswirkungen. Also, dementsprechend schauen, wie groß ist euer Aquarium, wollt ihr das eingehen oder nicht. Die Einstellung, ob das Wasser zurückgeführt wird, gehen wir auf Messungen, findet ihr im mittleren Bereich Rücklaufwasser? Nein. Das heißt, wenn da Nein eingeschaltet ist, geht das Wasser in den Kanister. Ich will es aber im Prinzip wieder hier drin haben, also zurück in mein Aquarium gepumpt haben. Möchten Sie, dass das Wasser nach der Messung ins Aquarium zurückläuft? Wir empfehlen, das Messwasser zu entsorgen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, wie gerade eben schon gesagt. Habt ihr kleinere Aquarien, wirkt sich das auf euren pH-Wert aus. Bei einem großen Aquarium ist das nicht so schlimm. Außer ihr macht natürlich jede Stunde eine Messung, dann wird die Sache schon interessant. Also, es kommt auf die Häufigkeit der Messungen an und wie groß euer Aquarium ist. Ich gehe jetzt hier auf Ja und dementsprechend wird mein Wasser gleich auch wieder zurückgepumpt in die entsprechenden Behälter, beziehungsweise steht der für das Aquarium. Dann haben wir hier eine Einstellung Erneute Messung. Das heißt, wenn eine Messung mehr, plus oder minus 0,2 vom normalen Wert abweicht, macht er sofort eine neue Messung, die noch nicht eingetragen wird. Und diesen Bereich sollten wir etwas vergrößern. Entschuldigung. Wenn ihr euer Aquarium noch nicht eingependelt habt, wie ich das gemacht habe, dass ihr tatsächlich fast eine Flatline hinkriegt, ist dieser Bereich besser etwas größer zu wählen, eine 0,5, wo er dann hingeht und die entsprechenden Messungen neu macht. Weil ansonsten ist es kontraproduktiv. Dann macht er zu viele Messungen hintereinander und um festzustellen, hat er sich vertan oder ist irgendwas im Becken falsch. Das könnt ihr dann, wenn ihr die entsprechenden Messungen und das Angleichen des KHs gemacht habt, dann dementsprechend wieder zurückstellen. Aber für den Erstbetrieb würde ich eine 0,5 oder vielleicht auch eine 0,8 nehmen. Wenn ihr es nur zum Messen nehmen wollt, ist eine 0,5 erstmal okay. Solltet ihr darüber steuern, würde ich den Bereich kleiner wählen. Der nächste Punkt, den wir dort jetzt haben, ist Intervall festlegen. Da steht momentan noch ausgeschaltet. Das heißt, der Intervall ist das, womit ich, wie viele Messungen ich am Tag mache. Leider Gottes ist es momentan noch so, dass der Beginn der Messung immer 0 Uhr ist. Daran wird gearbeitet. Da kommt der nächsten Update irgendwann im Laufe der Zeit. Und dann können wir auch den Startzeitpunkt der Messungen festlegen. So, ich gehe jetzt hin und messe alle 6 Stunden, das heißt 4 Messungen am Tag. Gehe auf OK und es steht jetzt unten auch schon drunter, nächste Messung 25. September 21, 18 Uhr. Jetzt gucken wir gerade eben mal kurz auf die Uhr, haben noch ein bisschen Zeit. Weiter geht es mit den Erklärungen unter den Einstellungen. Dann haben wir ganz oben den Button korrigieren. Es ist noch keine Messung vorhanden. Okay, dann machen wir den nach der Messung. Über diesen Button kann ich einstellen, wenn ich eine Messung gemacht habe. Ich sage mal, der zeigt mir eine 7,4, was auch immer an. Und ich weiß ganz genau, dass ich mit einem Tröpfchen-Test, den ich mit einer Reagenz bzw. mit einer entsprechenden Probe gegengecheckt habe, dass mein pH aber mein KH bei 7,8 liegt. Dann kann ich da eintragen, pass mal auf, also wenn er die Messung fertig hat, sollte ich die Messung mit dem Tröpfchen-Test machen und dann dementsprechend rausfinden, passt das ja oder nein. Sollte eine Differenz sein, trage ich die Differenz dort ein. Also sprich, anstatt 7,4, die er meinetwegen gemessen hat, trage ich eine 7,8 ein. Das wird dann aber erst bei der nächsten Messung mit berücksichtigt. Sinnvoll in diesem Moment ist es, nach dem Eintragen der Korrektur eine manuelle Messung nochmal zu machen, um zu schauen, ist der tatsächlich in dem Bereich, wo ich mit dem Tröpfchen-Test oder mit welchem Test auch immer, gegengecheckt habe. Das sollte so gemacht werden und nicht bis zur nächsten Messung, die dann in einem Intervall ansteht, warten. Grundsätzlich hingehen, nach einer Korrektur nochmal eine zusätzliche Messung machen, um das Ganze zu überprüfen. Sollte keine Korrektur mehr notwendig sein, aus welchem Grund auch immer, dass das Gerät sich mittlerweile eingelaufen hat und ihr merkt, der ist daneben, ist eigentlich den Wert, den ihr zum Beispiel korrigiert habt, eine 0,4 zum Beispiel, muss ich wieder zurückstellen, dann tragt ihr da einfach eine 0 ein. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Das vorletzte, unten ist die Beleuchtung und da empfehle ich euch grundsätzlich diese auszuschalten. Da wo Licht ist, ist Leben, da wo Leben ist, entstehen Bakterien und Bakterienbelege und genau das ist das, was wir hier nicht haben wollen. Grundsätzlich so schalte ich die Beleuchtung aus, zack, ausgeschaltet, weil sich ansonsten halt Bakterien dort bilden können. Man kann sie mal zwischendurch kurz anschalten, zur Show zwicken meinetwegen, aber ansonsten würde ich sie auslassen. Und das letzte in der Reihe unten ist die Mischung. Das heißt, wie schnell dreht sich mein Magnetrührer. Momentan ist eingestellt Mittel, ich wähle meistens Schnell, hat damit zu tun, dass auch wenn sich irgendwas im Glas abgesetzt hat, das dementsprechend aufgewirbelt wird und dann anschließend über den Abwasserbereich rausgeschickt wird. Sobald ich auf OK drücke, fängt der Magnetrührer da unten einmal an zu drehen und dann könnt ihr sehen, passt das oder passt das nicht. Das solltet ihr grundsätzlich immer überprüfen, nachdem ihr das Gerät wieder in Betrieb nehmt oder gereinigt habt oder kalibriert habt oder was auch immer. So, dann sind Fragen aufgekommen. Ja, wie viel Wasser muss ich denn hier unten reinmachen? Ganz ehrlich gesagt, das ist eigentlich fast egal. Packt so viel Wasser rein, dass die Sonde unten bedeckt ist und der Zyklus hier wird gleich so sein, dass er jetzt erstmal hingeht und das komplette Wasser rauspumpt. Entweder zurück ins Aquarium oder in den Abwassertank, so wie ihr es eingestellt habt. Danach geht er hin und befüllt den Schlauch wieder, weil er drückt ihn komplett leer. Solange bis dann gleich da unten Luftblasen herauskommen und dann geht er hin und befüllt diesen Schlauch wieder und es wird eine kleine Wassermenge unten im Glas drin sein. Dann geht die Abwasserpumpe hin und zieht dieses Wasser, nachdem der Schlauch wieder befüllt ist und bis unten voll ist, zieht dieses Wasser, was jetzt unten im Glas ist, aus dem Glas heraus, damit gewährleistet ist, dass alles raus ist und der Schlauch für das Aquarium halt befüllt ist. Das ist dann die Menge Wasser, die dann tatsächlich immer anfällt, die dann rausgepumpt wird. Und das ist dann auch der Grund, warum ihr definitiv einen Abwassercontainer braucht. Anschließend wird die Messwassermenge in das Gerät reingepumpt. Die Messung wird dann durchgeführt und dann geht das ganze Spiel wieder rückwärts. Entweder es wird zurückgepumpt in das Aquarium, je nachdem, wie ihr eingestellt habt, oder es wird dann in den Abwassercontainer gepumpt. Solange bis dann alles leer ist, dann wird wieder eine gewisse Wassermenge X in das Glas reingepumpt, damit die Sonde feucht bleibt und dann passt das soweit. Das schauen wir uns jetzt mal gleich im Zeitraffer an und ich verschwinde da aus dem Bild. Bis gleich. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Eben Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Minuten, heißt also danach kann ich hingehen und meine erste Dosierung reinpacken. So, die nächste bei meinem 6-Stunden-Intervall wäre um 6 Uhr morgens. So, zwischen 5 Uhr 18 und 5 Uhr 42 kann ich dementsprechend ohne Probleme schauen, dass ich messe. Der Abstand zwischen einer Dosierung und einer Messung sollte mindestens 15 bis 30 Minuten betragen, damit auch gewährleistet ist, dass alles, was rein dosiert wurde, oben im Becken angekommen ist, vernünftig verteilt wurde und anschließend auch gemessen werden kann. Ja, das sieht im weiteren Verlauf hier, 10 Uhr ist meine letzte Dosierung vor der Messung und um 12.30 Uhr, also sprich wieder 30 Minuten später, nachdem das Gerät eigentlich gemessen hat, wird dann dementsprechend eine neue Messung eingeleitet, eine Dosierung. Das gleiche Spiel abends zwischen 17 und 19 Uhr, also ihr müsst dann schauen, wenn ihr sowas einrichtet, dass das dementsprechend dann zueinander passt. Wenn kurz vorher dosiert wird und ihr dann eine Messung macht, dann stimmen die Werte nicht. Das ist auch ganz wichtig, darüber muss man sich grundsätzlich Gedanken machen. Ja, Leute, kommen wir dann noch zu einem kleinen Punkt. Ich gehe grundsätzlich hin und schaue mir das Gerät im Abstand von 14 Tagen an. Man kann das Ganze dann, nachdem es dann eine Zeit lang gelaufen ist und man das überprüft hat, man sollte grundsätzlich erstmal das Gerät eine Zeit lang laufen lassen, eine Woche, drei, eine bis drei Wochen circa, um zu schauen, passt es. Hat es sich eingespielt, habt ihr es dann neu kalibriert, passt es dann immer noch und dann würde ich erst hingehen und dem Gerät tatsächlich, ich sage mal, die Aktion über eine Dosierpumpe anvertrauen. Das ist Grundsatz, den ich mir, ja, ich sage es mal, hingelegt habe. Wenn ihr dann das Gerät im laufenden Betrieb habt, solltet ihr natürlich darauf achten, dass sich in diesem Glas und an der Sonde und an allem anderen Material nichts ansetzen kann. Dafür haben wir ja schon mal das Licht ausgeschaltet. Dafür ist dann anschließend auch wieder die, wo ist sie, hier die Kappe, damit das abgeschirmt wird, damit nicht viel Licht an das entsprechende Glas drankommt. Aber ihr solltet mindestens einmal im Monat hingehen und schauen und die entsprechenden Bereiche einmal reinigen zur Vorbeugung. Ich habe es jetzt neulich gehabt, da hatte ich das Licht mal zu Testzwecken angemacht und hatte auch direkt auf der Sonde Bakterienbelag draufgekriegt, weil es halt da schön gewachsen ist. Dann habe ich gesagt, okay, gehst du hin und machst die Sonde sauber. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe das Glas nicht sauber gemacht, ich habe die Röhrchen nicht sauber gemacht, ich habe dementsprechend den Rührfisch nicht sauber gemacht und dementsprechend ist dann auch eine kurze Zeit später, ja waren es glaube ich so drei Wochen, liefen die Messungen wieder aus dem Ruder, weil ich nicht alles gereinigt habe. Grundsätzlich, wenn ihr hingeht und eine Reinigung durchführt oder eine Wachtung durchführt, weil es natürlich ein Messgerät ist, was regelmäßig gewartet werden sollte, müsst ihr auch darauf achten, tatsächlich alles zu reinigen. Ja, alles in allem habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, muss ich euch nochmal eben zeigen und zwar geht es sich um die Behältergrößen. Einmal, wir haben es ja einmal bei der Reagenz, habe ich es ja eingestellt, da ist dann dementsprechend da unten die entsprechende Menge jetzt gerade eben schon abgezogen worden. Also bei 2000 waren wir und er hat 1.993.045, das müsste man sich jetzt ausrechnen. Beim Abwasser seht ihr noch, dass dementsprechend nichts eingetragen ist, weil ich noch keine Größe des Behälters eingetragen habe. Das hier sind 5 Liter, also 5000 und dann zeigt er mir dann dementsprechend auch an, wenn dieser Abwasserbehälter voll ist oder warnt mich bei einer gewissen Menge kurz bevor er voll ist. Ihr seht jetzt im oberen, im mittleren Teil, da steht Brauchwasser 65 Milliliter. Das heißt also 65 Milliliter hat er gebraucht, die jetzt auch wahrscheinlich wieder ins Becken zurückgegangen sind. Aber genau könnt ihr das sehen, wenn ihr tatsächlich hingeht. Einmal den Abwasserkanister nullen, sprich neue Menge eingeben, dann wird genullt und dann könnt ihr nach der Messung sehen, wie viel das Gerät tatsächlich rausgeschmissen hat, gebraucht hat und wenn ihr das Abwasser bzw. das Messwasser nicht wieder zurückführt ins Aquarium, sondern in den Container, müsst ihr natürlich im Umkehrschluss auch dafür sorgen, dass entsprechende Menge an Wasser, Frischwasser, frisches Salzwasser, also kein Osmosewasser, sondern frisches Salzwasser nachgeführt wird. Ansonsten, wenn ihr das nicht macht und das Ganze mit Osmosewasser nachführt, dann süßt euer Aquarium aus und der Salzgehalt stimmt nicht mehr. Gut, ich denke, ich habe jetzt hier lang genug gelabert und ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier ein bisschen näher bringen. Solltet ihr noch Fragen haben, Anmerkungen oder ähnliches, schreibt runter in die Kommentare. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr mich über die anderen Kanäle wie Instagram oder Facebook oder ähnlichem kontaktiert. Solltet ihr Probleme haben mit diesem Gerät bei irgendeiner Einstellung oder ähnlichem, ich versuche euch da dementsprechend weiterzuhelfen. Ansonsten blende ich euch hier unten nochmal die entsprechende Support-Adresse an, E-Mail an. Da wird euch sehr zügig geholfen, also wenn ihr da dementsprechend eine E-Mail hinschreibt, werdet ihr auch innerhalb kürzester Zeit da eine Antwort erhalten. Natürlich, am Wochenende dauert es ein bisschen länger, klar, logisch, aber ist ja Grundsatz Nummer eins. Wenn irgendwas nicht vernünftig funktioniert, dann meistens am Wochenende. Okay, alles in allem hoffe ich, ich konnte euch das Ganze hier etwas näher bringen und einige Sachen und Mythen klären. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao. 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 Ciao.